Beim Business English, wir legen den Schwerpunkt auf den Erwerb bestimmter sprachlichen Kompetenzen, um beispielsweise das E-Mailing oder die Kundenkorrespondenz zu erleichtern, mehr Verhandlungssicherheit in Telefonaten und Gesprächen, um Meetings zu erlangen oder Präsentationstechniken und rhetorische Fähigkeiten zu verbessern. Und natürlich geht es auch darum, Menschen zu unterstützen, die in ihrem beruflichen Alltag mit anderen Menschen viel kommunizieren müssen. So etwa im Vertrieb, in der Logistik, in den Human Resources und im Customer Service. Darüber hinaus geht es um mehr Sicherheit durch aktives Sprechen, ein verbessertes Verständnis der Grammatik zu gewinnen, sowie den Wortschatz samt relevanten Fachvokabeln zu erweitern. Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen aus vielfältigen Branchen. Wir betreuen unter anderem Kunden in der Automobilindustrie, in der Medizintechnik, im IT-Bereich und Cloud Services, im Finanzdienstleistungsbereich, in der Logistik, in der Immobilienwirtschaft und in der Bauindustrie, im Gasgewerbe und im Tourismus. Als Anbieter für Sprachdienstleistungen seit über 15 Jahren merken wir auch Veränderungen in den Kundenanforderungen. Vielen Unternehmen geht es nicht nur um eine Verbesserung der Sprachkenntnisse in der B2B-Kommunikation, sondern um die interne Kommunikation in einem zunehmend multikulturellen Arbeitsumfeld. So ist es beispielsweise keine Seltenheit, wenn man sich in ihrem Geschäftsalltag mit dem Programmieren aus der Ukraine, mit dem Verkaufsteam aus den Niederlanden und mit dem CEO aus Spanien verständigen muss. Unsere Lehrkräfte sind selbstverständlich alle Native Speaker mit langjähriger Erfahrung in der Vermittlung von Business-Englisch-Themen. Sie verfügen somit über die sprachliche Expertise zur Unterstützung in ihrem Geschäftsalltag. Wir bringen eine breite Palette von Methoden, viel Energie und Kreativität mit, damit Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Englisch sprechen mehr Souveränität gewinnen und gleichzeitig Freude genießen. Bei uns, bei Ihnen, online. 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 Vielen Dank.